Ich habe die Nachricht gelesen. Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brean Hodge. Ich habe den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen, nah am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfülle anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an, aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgerommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Ich übernehme den Auftrag. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Ich bin erinnert. Ich könnte ihn nicht im Weg. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Holzfällerhütte. Ich muss den Ort finden, wo sie gestorben sind. Tiefe Rillen. Hier muss der Holzfällerwagen gehalten haben. Dann sind sie diese Straße runter, vermutlich auf ihre Lichtung zu. Untertitelung. BR 2018 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 Was? 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 Hier hat ein Kampf stattgefunden. Zwei Zwerge und was Großes. Ein verwundeter Zwerg wollte fliehen, hat stark geblutet. Ein Zwerg ist hier entlang. Hat den Felsen zerkratzt, muss wütend gewesen sein und stark. Tiefe Wunde am Rücken ist verblutet. Er wurde von Wurzeln zu Boden gedrückt. Bis er erstickt ist. Alles deutet auf einen Waldschrat hin. Einen Jungen. Er ist noch nicht lange hier. Ich muss sein Totem finden. Rehen dienen Waldschraten. In der Nähe des Totems müssten welche sein. Das sind nicht die Vögel eines Waldschrats. Falsche Spur. Sieh an, ein Waldschrat Totem. Um es zu zerstören, muss ich ihn reizen und dazu bringen, den Bau zu verlassen. Sieh an und herzitut. Sieh an das in der Lage zu Flying Ereignis. Sieh an! Sieh an! Sieh an! Sieh an! Sieh an! Das war's für heute. 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 Ich muss mich nach neuen Holzfällern umsehen. Aber es gibt genügend Leute, die Arbeit suchen. Aber kann ich sicher sein, dass nicht noch ein Walschrat auftaucht? Das kann immer sein, würde ich sagen. Dann brauchst du einen Hexer. Ah, ja, ja. Du hast ja eine Belohnung verdient. Ich gehöre nicht zu denen, die gute Arbeit nicht bezahlen. Ein Bier wäre jetzt genau richtig. Ich gehe rum. Das ist ja auch nur ein Einführung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das muss Ehrendorf sein. Das Dorf mit dem Auftrag. Aber es ist zu still. Nekrophagen, toll. ZDF, 2020 Da ist jemand wohlhabend. Vor allem für Wählen. Der Kopf eines Waldschrads. Mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Na nun, da ist mir wer zuvor gekommen. Schwertwunden. Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier. Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier. Bauch aufgeschlitzt. Ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Erster Hieb durch die Aorta. Zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft. Klinge in den Rücken zwischen die Wirbel. Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Verblutet. Kampflos gestorben. Abgeschlachtet. Schnitte. Flach. Aber jeder hat eine Arterie getroffen. Bolzen. Durchgebrochen. Blut. Mit etwas darin. Dieser Geruch. Alkohol. Bovist. Arnd über den Ellbogen abgeschlagen. Mistgabe. Üble Nahkampfwaffe. Mistgabe. Üble Nahkampfwaffe. Keiserlicher Schnurrbart. Runde Backen. Hohes Tier. Todesursache. Stichwunde. Klinge zwischen die Rippen. Direkt ins Herz. Er hält etwas fest. Eine Silberkette. Gerissen. Er hat sie jemandem abgerissen. Scheiße. Halt. Eine Puppe. Und kleine Fußabdrücke. Deine Tür gibt es nur eine IRZ-ist. Da ist sie. Keine Angst. Ich tu dir nichts. Nur die Ruhe. Ich will nur mit dir reden. Lass mich! Mörder! Du Mörder! Nein, falsch. Ich... Du hast Katzenaugen! Genau wie er! Genau wie... Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat! Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts! Verschwinde! Ah. Gehört diese Puppe vielleicht dir? Ja. Hat sie einen Namen? Meister Sommerspross. Hm. Hübsch. Kann ich ihn haben? Bitte? Meister Sommerspross würde mir unterwegs sowieso nicht viel nützen. Hier. Also, meinst du, du könntest mir erzählen, was hier passiert ist? Ich muss es wissen. Na, in unseren Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Zobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer. Es war dir ähnlich, aber... Seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber... Onkel Zobemir war wütend über irgendwas. Sie haben... sich angeschrien. Und dann... sind sie in die Scheune. Und da... Den Rest kann ich mir denken. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann... ist er in die Richtung da verschwunden. Wo wir Geschenke für die Götter hin tun. Das hier... hab ich im Heu gefunden. Hm. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante! Wohnt in Erzdorf! Ich bring dich zu ihr. Aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Bleib hier und sei still. Klar? Schön hierbleiben, Kleine. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. Der Steinkreis muss mich umsehen. Handabdruck. Handabdruck. In Blut. Er hat sich die Hand auf die Wunde gedrückt. Musste sich dann abstützen. Fußabdrücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Blut. Blut. Noch frisch. Ström. So! Was ist es? Ein Mithexer. Du hast was verloren. So weit kommst du, um mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Erst mal reden. Dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich steh lieber. Spuck's aus. Ehrendorf. Was war da los? Bitte. Das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschratt zahlen wollten? Rat mal. Ich hab keine Lust auf Ratespielchen. Dachte mir gleich, dass du ein Langweiler bist. Zwölf. Kapiert, Kumpel? Zwölf verfickte Kronen. Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann. Meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor. Aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm. Wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen. Wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Also hast du das ganze Dorf massakriert. Was hättest du denn gemacht? Wärst du zum Gemeinderat gelatscht, um eine Beschwerde einzureichen? Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. Betrügereien, ein Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden, um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen. Und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Das Mädchen. Warum hast du sie leben lassen? Weil... Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede. Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war, bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit zehn Jahren tot. Altersschwäche. So, jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? Es ist doch nicht meine Aufgabe, dich zu verurteilen. Das war's? Keine Lektion? Keine Nötigung, mich zu benehmen? Man nennt mich den Schlechter von Blaviken. Aus gutem Grund. Ich kenne das. Manchmal... Rollenköpfe. Warte. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier. Damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Danke. Ich hab zu danken. Viel Glück auf deinen Wegen, Wolf. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet. Danke. Hm. Du hast es nicht die Schatz. Bist du einen Sprechner des Wegen. Ich bin nicht die Schatz. Ich bin leer. Wil der Verstberschrift. Noch nicht? Letzesse. Da bist du! Ich dachte schon, dass du nicht wiederkommst, dass er dich auch tot gemacht hat. Mir geht's gut. Wegen ihm musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du... du bringst mich zu meiner Tante? Es ist abscheulich hier. Sicher. Gehen wir. Meinst du, ich könnte vielleicht bei dir huckernpacken? Hm. Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen. Dann rauf mit dir. Versprochen. Tante! Tante Luzi! Milly? Was machst du denn hier, du kleines Luder? Ich? Also... im Dorf... da... da ist keiner mehr. Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Götter. Was ist geschehen? Gesetzlose? Könnte man so sagen. Müsst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein. Es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Komisch. Sonst fürchten sich die Leute, dass ich ihre Kinder mitnehme. Sonst sind die Leute nicht so arm. Ich habe selber vier Enkel. Eigentlich sechs. Zwei haben wir letzten Winter begraben. Von Rindensuppe lebt man eben nicht gut. Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst... So viel. Mögens die Götter dir vergelten, Meister Hexer. Mit tausendfachem Segen. Ich muss jetzt weiter. Schon? Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Vielleicht. Pass auf dich auf, Kleines. Millie. Komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen. Na, wie klingt das? Klingt das gut?